If I die Baby means Lay me down Let the roses stick me in the river Hallo und moin moin zu der neuen Folge Minigames Let's play Minigames mit Jakosta und Crank Ja hi Ich sag auch nochmal hallo Mein zweites Video jetzt auf dem Kanal Ne mein erstes Video auf dem Kanal Wir spielen jetzt Dragon Escape Dragon Escape Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon... oder zu der ersten Runde Dragon Escape auf meinem Kanal Es don't cry Genau, hi So, ich freu mich schon so richtig drauf Weil ich da voll der Lu bin Gut ja Ich auch Ok, ja ok, ist gerade mal meine dritte Runde Vierte, fünfte Ne, fünfte Runde Warte mal, fünfte Runde Wir haben gestern allein schon vier oder fünf gespielt Ja, also doch fünfte Ach egal Ich weiß, ich bin mir nicht sicher Ich auch nicht Guck mal bei Netflix's Kanal vorbei Das ist das Video Vielleicht ich mach Werbung für einen anderen Kanal Da war die Aufnahme irgendwie kacke, da hat es irgendwie geheilt Ich hoffe, die ist es besser So, noch schnell irgendwo runterspringen YOLO Ui Douglas ist da unten Der Drache Nein, nicht Oh, Alter, ich lebe die weg Hast wieder Lust, zwei mehr was zu tun Ja, guck mal Warum ausgleich Ohlo Ok Oh, Alter, wie mich das ausregt, dass alle Spieler da Hinten rum Ohlo Alter Laufen die alle in den Blöd rein Hä? Ja Hast du diesen Turm, Mann Ah, ich bin tot Auch geschafft Welcher Platz bin ich denn? Ich bin jetzt momentan noch auf Platz 1 Ich bin noch auf Platz 1 Ich bin noch auf Platz 1 Ich bin, ich bin auf Platz 1 Ja Ist das geil Ist das geil Wie ist denn auf Platz 3? Ja, guck mal 1, 2, 3 Das ist perfekt Ich war auf 1 Weißt du wieso? Warum? Weil ich bin Die alle, die verkackt haben Bin ich gesprungen und bin gejumpt Dann war ich ein Stück vorne halt an der andere Hast du einschweig, ey Ich war mir noch mal dritter, ey Kommen wir an der letzten, ey Ja, Kurs, auf welcher Platz warst du? Weiter, aber Ich hab den Turm hoch geschafft Die ersten drei haben wir geschafft, ey High five Sterile Flosse Flosse Genosse Fünf Vier Drei Drei Zwei Du, 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 ey Oh ja, wie ich die Map einfach nur liebe Eigentlich nicht, aber egal Ich find die beiden Maps irgendwie scheiße Wie oft kann man mit der Axt springen? Einmal Ne, halt, also Pro Sekunde Es geht nicht pro Sekunde Weil das geht immer Nein Ich bin draußen Eben Nein, ich hab dich sterben sehen Oh mein Gott, vor meinen Augen Ich bin noch auf Platz 3 Im Glacier Coaster Aber ich flieg klanlos runter Ja, ich bin noch auf 7 Loll, der scheiß Sprintbach Das könnt ihr sogar in meinem Video sehen Dass das ein Sprintbach war Ursprung Alle mich spektaten Da ist Jako Wuster Wuster Ich würd gehen wissen, wo das hier lang geht, weil Oh, ja Ach so, ja Boah, wie ich diesen Tempel nur hasse einfach Aber Jako Wuster 2 Ja auch schön Ja auch schon Ja auch schon Es ist ein Kampf gegen, äh, Zip, Dill oder B-Dillen Boah, ich krieg so viel Fallschaden, ne Naja, du, Glacier, du hast doch ein Stückchen War zu dick, die hässlichen Legs bei mir Ja, bei mir ist das echt, äh, Sprungbuck Ich bin mal zurückportiert dann Ich hätte auch ne Abkürzung Ich hab' das noch auf Platz 1 Oh, Leute, der zieht sich Hat'n jetzt der gemacht Nein! Was hat der jetzt gemacht? Hä, der hat sich irgendwie geportelt oder so Vielleicht war's Enderman Gibt's so'n Kit, das ist Enderman Und sich mit einer Enderman-Pan Ne, das war, das war eine Rakete Der Gems habt ihr Was, was habt ihr? Was? Gems Äh, 195 Also, 880 Wer hast du denn? Ich? Ja 109 109 909 Boah, ey, wie lange spielst denn du schon auf dem Server? Ja Ab und zu spielst du ja Ab und zu spielst du ja Bei mir vielleicht Aber es sind Gems, wenn ich jetzt noch weiter spielst Wenn ich jetzt noch weiter spielst Dann stoppen wir jetzt erst mal, der ist dann erst langsam YOLO YOLO Ich mach jetzt auch ein YOLO Oh, das gemäppt YOLO Ui Ui Und nächster Frachiller Dennis kann die Kugel machen mit den Nebenwippen Mal schauen Geht gleich los So Haben wir schon wieder die Lavawelt? Ja, müssen wir abwätschen Ja Ich hasse die Lavawelt, wenn ich ganz ehrlich bin Aber, ja, Kurs hat du jetzt die Axt zweimal benutzt, ne? Ja, man kann die schon mehr als benutzen Einmal, man kann sie fünfmal benutzen Wenn die Leute in mir sind Boah, Alter Das war jetzt so knapp Wie die Leute schießt, dass der Sprung back kommt Ah Guck mal, ich setz die Axt rein Und erst so ein paar Minuten und so ein paar Sekunden später, ja? Von zwei Jahre Ah, jetzt bin ich raus Ah Kraft Ah Ich bin gut da Was ist denn jetzt hier? Gott Nein 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 Oh Mann Oh, doch, doch Oh, schade Oh Oh, nee Denn Maus hat eigentlich schon gewonnen Ja Aber ich wurde Zweiter, das ist schön Ja, Ding Jetzt schon auf Weitermachen Ich denke, danach machen wir so eine Runde, äh, hier, Spleef oder Splack oder wie auch immer das heißt, wo hier die Böcke nicht gehen, wegfallen oder fallen Ja Ja, genau, aber jetzt nicht auf hier, äh, High Pixels, sondern auf dem hier, der ist auch so ganz Nur 100% cooler Ja, das ist auch so ganz Das ist aber Einmal Dragon Escape und dann hier die Aufnahme beenden, also Dragon Escape Ja, und dann Ja, und dann Machen wir zwei hoch und dann Heißt das dann Das Blackboard wieder Ja I own this one You own this one So Nein Was mach ich denn Halt direkt runter Ach, für der Ach, für der Ach, rum für die, Linger Esther, ich bin Esther Ein Kampf gegen Jack Costa Braa Braa Oh nein, nein, oh 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 nein, Erster Ah, ich bin Esther, Jack Costa Ja, ich bin Esther, Jack Costa Uh, wow Jetzt sind die Tür 1-2-2 Gott dammit, wo denn? Lass uns knappe durch Ja, komm wenn er schon da ist Oh, das ist scheiße gemacht Oh, das darf nicht Nein, ich darf den Sprung nicht schreien Nein Leider bin ich wieder dritter Du bist doch erst dann Dritter, Crank 14 Wow Ich war diesmal letzter Nesto, wow, ist das richtig passiert Alter Nesto, manchmal bist du richtig leise, man Apropos, wie ich hier runter bin Jaaa Jaaa Ich halte jetzt auf, naun Und beende Sooo, bis zur nächsten Folge Let's play Minecraft Tschüss